Was ist das Vermarkten? Das Vermarkten findet in vielen verschiedenen Kanälen statt, wie zum Beispiel Landingpages, Webseiten, Content-Marketing, vor allem auch für die Dienstleister. Wir gehen direkt an die Unternehmen ran. Das bedeutet natürlich klassisch Kaltakquise, aber natürlich auch Online-Marketing. Wir machen SEA-Werbung auf Google und viel läuft bei uns über Weiterempfehlungen. Wir vermarkten uns hauptsächlich über Social Media.